Hallo ihr Lieben! Ihr habt euch ja mal ein Video mit der Foxy gewünscht und hier ist sie jetzt. Guckt euch meine Kamera? Nein? Sie übt das noch mit der Kamera. Aber ich habe heute den Hunde-Intelligenz-Test dabei. Und das sind 5 Fragen und da wollen wir doch mal gucken, ob Foxy das besteht. So, fangen wir mal an. Ich habe die hier auf meinem Tablet. Und zwar Frage 1. Wie reagiert ihr Hund, wenn er sieht, dass sie nach der Leine greifen, um mit ihm spazieren zu gehen? Oh, guck mal! Geht ihr spazieren? Ja, los! Ich würde sagen, sie freut sich sehr. Ne? Ja. Das sind schon mal 3 Punkte für uns. Kann ihr Hund Veränderungen in ihrer Stimmung erkennen? Er reagiert auf meine Laune doch sehr. So, Fähigkeiten zu hören und Wortschatz. Auf wie viele Basiskommandos hört ihr Hund? So, Foxy. Und Sitz. High Five. Fühlchen. Platz. Hier. Und Sitz. Und Bleib. Fein! Haben Sie den Eindruck, Ihr Hund versteht, wenn man über ihn spricht? Ja, auch die Art, wie man über sie spricht. Auf jeden Fall. Wie reagiert Ihr Hund, wenn sie ihn beim Namen rufen? Foxy! Fein. Also, ich würde sagen, er reagiert sofort und kommt. Sie musste nur geradeaus parken, weil sie hinter am Sofa war. Sozialverhalten. Wie verhält sich der Hund beim Tierarzt? Wie verhält sie dich? Entspannt und freundlich. Doch. Und wie verhält er sich angeleint an einer verkehrsreichen Straße? Hm. Hm. Ja, ich glaube, sie verlässt sich auf meine Führung. Häusliches Verhalten. Haben Sie Ihren Hund zur Stubenreinheit erziehen können? Ja, sie ist ja stubenrein. Ich habe sie zwar nicht selbst erzogen, aber sie ist stubenrein. So, dann lese ich mir oder dann rechne ich mir mal die Punkte zusammen. Moment. 3, 6, 10, 14, äh, 17, 20, 23, 26. Oh! Oh, du bist intelligent! Glückwunsch! Ihr Hund ist wirklich extrem klug. Sie beiden sollten sich allerdings nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen. Fordern und fördern Sie Ihren Vierbeiner weiterhin. Du bist intelligent! Ja, ich würde sagen, der Test ist sehr positiv ausgefallen. Foxy ist sehr intelligent. Genau. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao!